Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht Pech, ich erzähl sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis, zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Eridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Eridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer. Andere Narren. Ich. Nennen sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit Ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack. Und mit einem Mann. Sch enden sie in jail. Sch enden sie in l Tod! K lott! Sch enden sie in CNK zu Adden! Waseln sie in schmerzen! Komm, Mann! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Na, ich kann ja nicht zulassen, dass ein paar psychopathische Mörder vor mir bei der Kammer sind. Versteht mich nicht falsch. Ist ja putzig, dass ihr glaubt, ihr wärt die Helden in diesem Abenteuer, aber das seid ihr nicht. Willkommen auf Pandora, Freunde. Untertitelung. BR 2018 Na toll, noch ein toter Kammerjäger. Handsome, Jack, war fleißig. Moment, du bist nicht tot. Ja, jetzt komme ich von diesem Gletscher runter. Claptrap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL4-PCP-Stewart-Bot. Aber meine Freunde nennen mich Claptrap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, ich hab da was für dich. Hier, nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht einer dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse-12-Headsup-Display und einer Minikarte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Fantastisch! Da ich jetzt einen wäschigen Kammerjäger getroffen habe, kann ich mich endlich dem Widerstand... ...Sanctuary anschließen, mich an Jack rechnen, weil er meine Modellreihe gekillt hat, und meinen zentralen Prozessor reparieren, damit ich aufhöre, laut zu denken. Wieso ist ein Pochnabel zu haben? Ich erkläre dir bald alles. Aber sei gewiss, es gibt einen Grund, dass du noch lebst, und ich bin hier, um dir zu helfen. Sehr gut! Deine Fähigkeit, kurze Distanzen zu überfinden ohne zu sterben, wird Handsome Jacks Untergang sein. Und... öffne dich! Kleiner Beitrag zur Erhütung ist ja bereit. Man muss diese Bullimungs in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus. Tut mir leid, wie's hier aussieht. Jack lädt alles, was er killt hier ab. Banditen, Kammerjäger, Clip-Trap-Einheiten. Wenn sich das jetzt fröhlicher anhört, dann nur, weil das meine Standardstimme ist. In Wirklichkeit bin ich sehr deprimiert. Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich. Zum Beispiel dieser Bullimug namens Knucklecragger hat alle getötet, die ich kannte. Wie auch immer. Ich habe eine Pistole in dem Schrank da drüben, für Notfälle. Aber hier drin sind wir ja sicher. Mein Auge! Aaaaaaah! Aaaaaah! Auch! Ich knall! Ich knall ihn! Den Fren! Auch! 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 Vor langer Zeit veränderten vier Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Dank Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Abgesehen von den entsetzlichen Schmerzen ist das alles super. Ich hab schon auf einen Kammerjäger gewartet, der mir hilft, nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein weiser Anführer sein und du? Mein furchtloser Untertaner und Handlager. Gut, ich mach jetzt diese Tür auf und dann jagen wir uns einen Bullimon. Auf, mein sehender Untertaner! Warte mich, bevor ich irgendwo anstoße! Ich geh davon aus, dass du das nicht gesehen hast! Obwohl Lucky Gregor mich geblendet hat, kenne ich mich auf diesem Götzscher aus. Jede Wette, wir finden ein Auge in Frostbite Cravats! Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir, von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Ich höre Bullimon! Fast Untertan! Beschütze mich, Untertan! Träumer! Die будто Hütter Esse und der Los, wenn wir mein Auge nicht zurückkriegen, kommen wir nie nach Sanctuary. Au! Schon wieder? Jack krempelt ganz Pandora auf links, um die Kammer zu finden. Es heißt, seine Purgungen verursachen diese Erdbeben. Entweder das, oder seine Mom ist gerade aus dem Bett gestiegen. Sing! Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary. Autsch! Ah! Ach! Ah! 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 Bring dich hier fest, bevor noch mehr Bulli-Monts kommen. Du bist immer noch da? Ich höre keine Bulli-Monts mehr. Ich warte nur auf dich. Vielen Dank, Freund aller Freunde. Weiter! Hey, Kiddo. Jack hier, Präsident von Hyperion. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger taucht auf. Kammerjäger sucht nach neuer Kammer. Kammerjäger wird gekillt von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und ich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Hierher! Und öffne dich! Oh, mein Auge ist wieder an. Ich sehe einen taffen Untertan und einen unglaublich hübschen Roboter. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah. Und dann an. Geh! Oh Gott, sie kommen aus den Fatalosen! Oh Gott, sie kommen aus.